Ihre Baugruppe enthält Toolbox-Elemente als Schraubverbindungen. Sie möchten diese in der Simulation durch Verbindungsglieder ersetzen? Hier gibt es genau die richtige Funktion für Sie. Mein Name ist Martin Konrad und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Toolbox-Verbindungen, wie diese Schraubemutterverbindung, automatisiert für Ihre Simulationsstudie in virtuelle Verbindungsglieder umwandeln können. Dazu legen wir zunächst eine Simulationsstudie an. Sobald Toolbox-Elemente in Ihrer Baugruppe vorhanden sind, haben Sie eine Checkbox zur Verfügung, mithilfe derer Sie Toolbox-Verbindungselemente automatisch in Bolzenverbindungsglieder bzw. allgemeinen Verbindungsglieder umwandeln können. Wir möchten das an dieser Stelle noch nicht tun, sondern das Ganze manuell durchführen, deswegen legen wir die Studie zunächst an. Untersuchen wir zunächst unseren Teileordner, dann sehen wir hier unsere beiden Bauteile sowie die Schrauben und Muttern. Nun wollen wir den Befehl ausführen. Dieser befindet sich per Rechtsklick auf Verbindungen unter Toolbox-Verbindungselemente als Bolzen. Die Bauteile werden nun entfernt und eine Erfolgsmeldung bestätigt das Ganze. Im Grafikbereich sehen wir nun auch Symbole für die virtuellen Schrauben. Wir sehen nun im Teileordner einen Unterordner mit automatisch konvertierten Toolbox-Verbindungselementen. Hier befinden sich nun unsere Körper und diese sind nun von der Analyse ausgeschlossen. Stattdessen befindet sich hier im Verbindungsgliederordner in einem weiteren Unterordner die Definition der einzelnen Schraubverbindungen. Per Definition bearbeiten können wir uns diese einmal ansehen und bemerken nun, dass der korrekte Schraubentyp gewählt wurde, die richtigen Flächen und Kanten bereits vorselektiert sind, auch die korrekten Geometriemaße vom Toolbox-Element übernommen wurden, es wurde ein Material vergeben, es wurden Festigkeitsdaten hinterlegt und es wurde eine Axialkraft für das Anzugsmoment vorgegeben. All diese Parameter können Sie selbstverständlich im Nachhinein noch manuell ändern. Sie sehen, durch die Verwendung von Toolbox-Verbindungselementen und die automatische Konvertierung sind virtuelle Verbindungsglieder mit diesem Befehl sehr schnell umgesetzt. Festigkeitsdaten